was geht leute heute zeige ich euch einfach mal ein paar tricks wie ihr besser gewinnen könnt im wiedergekehrten modus schwertkampf und jo also mein erster tipp ist einfach mal nicht wo landen wo also eher in städte landen nicht irgendwie in loganda landen nur als beispiel und ja ihr seht ja schon meine teammates sind auch gerade verreckt ja also ich bin jetzt in salty gelandet also salty was weiß ich ja mein zweiter tipp ist einfach dort landen wo viele chests gibt weil das schwert kommt ja nur aus chests und ja aus bestimmt also ich würde euch raten in jerusalem zum beispiel zu landen wenn ihr zum beispiel nicht aufhören macht oder halt ohne teammates ja also lol was läuft bei dem teammate ja und der dritte tipp ist einfach ihr solltet einfach mit euren teammates also das ist ein bisschen gefährlicher trick da kann auch jemand drauf gehen also ihr solltet halt einfach zum beispiel wenn ihr vier teammates habt solltet ihr zu einem schwertträger gehen also falls ihr einen seht solltet ihr zu einem schwertträger gehen und eben einfach easy mit dem squad auf den gehen und ja haut rein